Donnerstag der ersten Woche der heiligen 50 Tage, das Feuer des Altars. Du, der du gekommen bist, um Feuer auf Erden zu entzünden. Entzünde ein Feuer im Altar meines Herzens mit deinem göttlichen Feuer. Mein Herz ist entflammt in der Bindung an dich, denn ich brauche keinen anderen als dich auf Erden. Erhebe mich aus dem Bett der Sünden und Begierden und verwandle meine Kälte in Liebe und Wärme. Erhebe mich zum Berg, wo dein Licht und deine Wolke der Herrlichkeit zu finden sind. Erwecke die Toten, damit sie zu ihren Müttern zurückkehren, wo es Wärme, Leidenschaft und Liebe gibt. Vereinige mich mit deinem Körper, um der ganzen Menschheit in Liebe und Demut zu dienen. Verwandle meine Gebete in Feuer auf deinem himmlischen Altar, damit ich im himmlischen Lob lebe. Befreie mich vom Fleisch und dem Standard des Selbst und der Seele. Tadele die Winde und zünde meine Laterne an. Herr, öffne mir die himmlische Tür, damit ich mich deiner Partnerschaft und deiner göttlichen Gegenwart erfreuen kann. Lass deine Herrlichkeit dein Zuhause erfüllen, das innen ist, und vertreibe die falschen Gedanken. Verwandle die trostlose und dunkle Erde in dein Licht der Auferstehung, mein Herr Jesus Christus. Erfülle mich mit deiner Liebe und lasse mich darin aufblühen, o Menschenliebender.